Ich fang jetzt an. 3, 2, 1. Hallo Freunde und Willkommen zum weiteren Runde Smash. Wieder dabei sind die alten Truppe wie beim letzten Mal. Aber Gina kämpft gerade nicht mit. Ich dachte Gino. Ja, Gino kämpft gerade nicht mit. Gino Capacino ist gerade nicht mit dabei. Die ist aber da, aber die kämpft gerade nicht mit. Immer diese Stalker, die sind total nervig. Ja, absolut. Deiner ist Nilo. Ja. 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 Aua, bitte kommen wir nicht mehr zu reden. Basinger. Autsch. Feuer. Wieder da. Wir sind schon mit in der Aufnahme. Wie, jetzt echt? Ja, aber ab. Ah, okay. Aber wir sind auf der rechten Seite. So, dann... Da kann ich... Moment. Dann nehme ich gleich mit auch. Ja, kannst du ja auch. Warte. Und... Jetzt könnte alle einmal Hallo sagen. Hallo und herzlich willkommen. Wuuuuh. Aber du kannst nicht mitspielen. Warum kann ich nicht mitspielen? Weil wir schon mal in der Runde sind. Weil wir schon mal in der Runde sind. Ihr Arschis! Ne, absolut ihr Arschis. Wie könnt ihr nur... Wie könnt ihr das ihr nur antun? Warum? Weil, bedankt dich beim... Bei Jenna und Marco. Warum? Weil sie schnell angehen wollten. Das ist ja Marco schuld. Weil der doch rauf gejoint ist. Ne, was? Ich bin danach gejoint. Und der hat ja kein Kaffektor gewesen. Ja, ich bin auch sehr fast. Ich bin ohne was zu sagen Zigaretten holen gegangen. Oder hab ich Bescheid gemacht? Ja. Oh Mist ey. Sieh, wir haben fast reingefolgt. Batsch, Batsch. Aber wer hat eigentlich... Wer hat eigentlich vorhin ganzer... Miauung oder so gemacht? Miauung. Ja, genau so. Ich hab das bis... Bis zum Mäurer. Bis zum... Bis zum Wohnzimmer gehört? Oh, was ist ins Loch? Was ist denn da in ins Loch? Neueuung. 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 Der muss doch. Ey, ganz ehrlich, bei dem Spiel rastet man so aus. Geht. Wollt ihr mich verarschen? Boing. Boing. Nein, 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 nein. Wechsel! Yeah. Kein Gewinner. Das waren zwei weniger. Du hast es doch gesagt. Du bist jetzt weniger. Alle auf Nido. Ey, wieso auf mich? Weil du blöd bist. Raus? Wir interpretieren doch nicht mal. Das ist ja eine schöne Interpretation. Ey, ja lol, durch den Bug bin ich rausgeflogen. Hast du auch verdient? Ey, das gibt's doch nicht. Durch den Bug war ich plötzlich ganz weit weg. Nein, geh weg! Wir konnten nicht reagieren. Geh weg! Ey, komm, das war unfair. Bist du erst fast in einem eigenen TNT gelaufen? Ich bin noch mal in eigenes TNT gelaufen. Und dann bin ich so ein paar Trüger. Oh, 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 oh. Oh. Warum geht hier alle auf mich? Ich bin grad auf Nido. Ey, ich bin schon gestorben. Du bist auf Nido? Ich bin schon gestorben. Ja, ich doch auch. Mein Apfel. Ich doch auch. Nein, ich will nicht brennen. Halt doch stehen! Wuh! Ihr wollt ja nicht mal auf M-Moro gehen. Dann gehen wir da oben auf den Dachstuhl herum. Ey, ich hab doch auch nur zu erleben. Ich bin ganz unten in der Liste. Und? Ey, ich warte, bis die der Raketenwerfer endlich kommen. Nein, zwei, Polizei. Hol doch die Polizei. Hol doch die Polizei. Hol doch die Polizei. Drei, vier. Ich weiß es nicht. Die Pfefferkörner. Oh, er war ein Verbrecher. Der Nido ist ein Toter. Was? Ja! Nein! Nein, du bist so! Räuber und Verbrecher. Die Gena... Der Marco ist ein Verbrecher. Mora, bleib mal. Mora, dreh sich mal um. Nein! 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 Wir sind da nicht, wo du bist. Boah! Ah, scheiße. Ich hab mir selber Luft gejagt. Woah! Geht das Ding auch mal hoch? Ah, jetzt. Au! Und darauf hab ich echt gewartet, bis du er nicht hochhörst. Das war so angeboten. Nein, 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 nein! Bald ist schon Gamescom. Ja! Boah! Okay, dauert noch eineinhalb Monate nach. Eineinhalb? Oder nicht. Wir haben schon bald den nächsten Monat. Klang ich euch nicht. Bei Gamescom du was einladen musst, weil ich Geburtstag hatte, ist alles gut. Natürlich musst du. Äh, hättest du es jetzt nicht gesagt, dann nicht. Aber du hast uns gesagt, was? War nass dein Geburtstag. Sorry. 14. August. 14. August der Geburtstag. Ich komm doch nicht mehr raus, ich bin zu blöd dafür! Aua! Tina. Ach, sag mir ja Facebook Bescheid, wenn du Geburtstag eingegeben hast. Ja, mach ich. Ja, Facebook, sag mir selber Bescheid. Ja, ganz sehr gut. Nein! Du bist so'n blöde Kuhbeurer! Wann wirst du wie alt? Ich bin 19. Oh, wie süß! Ja, das war noch ne unschuldige Zeit. Ich werd, ich werd dieses Jahr schon 20. Oh! Wie süß! Ja, ne? Ja! Ich kann nicht schnell rennen, ich bin auf Speed-Entzug. Du bist eine schöne Familie. Auf Speed-Entzug? Ja! Mach du das wohl, Heidi! Mach du das wohl, Heidi! Ich hab am 8. Oktober geburtstag. Trag mich nicht. Okay, merk ich mir. Ah, es blendet. Boah, leck! Dann bin ich alles wieder aufgebaut. Sag mal, wollt ihr gar nicht auf Moroma gehen? Der hat noch zwei Leben. Gibt er gar nicht! Das ist ne Lüge! Das ist ne komplette Lüge! Du bist so'n Prostimator, der versteckt sich permanent. Der ist oben auf dem Dach. Selbst schuld, wenn ihr euch gegenseitig erstmal wegkriegt. Ich hab dich nicht in angegriffen. Du bist nicht da erst, oder Marco? Game over.